8.000 Euro im Monat, meine Freunde. Dieses Jahr wird es Big Changes auf meinem Kanal geben und ich rede von wirklichen Big Changes. Aber ich muss alles dann wirklich für einen Monat pausieren. Das kann sogar von heute auf morgen passieren, Leute. Ich zieh um, Pause ist eine große Sache und ich glaube, das ist für mich der krasseste Change, den ich jemals in meiner ganzen YouTube-Laufbahn gemacht habe. Lasst uns kurz über was reden. Ich mache kurz die richtige Musik an. Chat. Liebe Community und Chat. Es ist schön, dass wir uns hier alle zusammen gefunden haben. Mit Sad Royalty Free Music. Aber die heutige Nachricht, die ich für euch habe, die ist alles andere als schön. Ich werde heute kein Craft Detect streamen. Und ich konnte auch gestern kein Craft Detect streamen, meine Freunde. Der Craft Detect Bun, der geht länger als ursprünglich gedacht. Dieser Craft Detect Bun ist für mich eine Lehre. Eine Lehre dessen, was ich getan habe und eine Lehre aus meinen Taten. Ich muss mich für meine Taten verantworten. Und dieser Bun... Dieses Lied ist absolut schrecklich, Digga. Und dieser Bun ist 100%ig gerechtfertigt und nachvollziehbar. Meine Freunde, ich hatte gestern ein Gespräch mit Early Boy und Spark. Und wir haben uns darauf verständigt, dass dieser Bun über mehrere Tage geht. Meine Aktionen, die ich bei Kevin gemacht habe und all das, das war nicht in Ordnung. Ich bin da ein bisschen zu weit gegangen. Ich habe mich auch mit Kevin ausgesprochen. Und wir haben die ganze Sache geklärt, meine Freunde. Diese ganze Geschichte, auch wenn ich sie persönlich immer noch ziemlich lustig fand, ist doch irgendwie, und da hat Spark auch vollkommen recht, ein Stück weit zu viel gewesen. Was Spark gemacht hat, ist absolut richtig. Und ich habe mich gestern mit Early Boy und Spark darauf verständigt, dass der Bun jetzt tatsächlich bis morgen bestehen bleibt. Also es sind drei Tage. Es sind drei Tage, zwei Streams, die ausfallen. Eine Menge Videos tatsächlich. Ich hätte gerne an Hogwarts weitergebaut. Aber ich hoffe mal, dass wir morgen, spätestens übermorgen, wieder zusammen reingehen können in die Craft-Attack-Masse, meine Freunde. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich auch eigentlich tatsächlich überlegt hatte, den Januar eine ganz große Pause zu machen. Ihr könnt ja mal ganz kurz einen einzelnen Chat machen, wenn ihr von diesem Plan etwas wisst. Ich glaube, ich hatte das öfters schon kommuniziert. Und ich glaube, sehr viele Leute wissen ja davon. Jetzt muss ich einen ganz kurzen Real Talk hier machen. Diese Pause, so wie ich sie machen wollte, ich kann sie nicht machen. Ich habe mir den Plan gesetzt, damals im November. Und ich muss euch wirklich sagen, Leute, ich habe echt viel versucht, wirklich. Ich habe versucht, ein Haus zu kaufen. Ich habe fünf Häuser versucht anzumieten. Eins wäre sogar direkt neben dem Haus von Chris Rieprop gewesen. Es wäre ein Traum gewesen, meine Freunde. Aber es hat nicht geklappt. Kein Vermieter der Welt will mich als Mieter haben. LOL. Dann hatte ich ja geplant, eigentlich den kompletten Januar wirklich eine geile Pause zu machen. Mein Plan ist gewesen, und es waren ja auch so ein paar Sachen, sogar tatsächlich sichtlich. Man hat so ein paar Grundrisse und sowas bei mir gesehen. Auf dem PC, bei einem Video und sowas. Und alle haben halt gedacht, ey, geil, Digga, du hast es geschafft, ein Haus zu kaufen. Weil mir Leute auf Instagram geschrieben haben. Aber nee, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, ein Haus zu bekommen. Weder als Mieter, noch als Eigentümer tatsächlich. Ich hätte unglaublich gerne den kompletten Januar eine Pause gemacht. Und sämtliche Formate. Und ich will euch jetzt hier nicht wieder unnötig aufhypen. Und so weiter und so fort. Aufgebaut. Ich hätte jetzt gerne schon mit dem neuen Team und den ganzen Bewohnern im Haus gewohnt. Wir haben da was wirklich... Also, ich will... Ich hasse es, sowas zu sagen. Und ich will die Erwartung nicht zu hoch stecken. Aber wir haben uns auf jeden Fall was Geiles ausgedacht, so. Was das ganze Kanalkonzept angeht. Was Streaming bei mir angeht. Wie Gaming-Streams stattfinden. Wie ich ein bisschen besser alles sehr viel effizienter gestalten kann. Aber das geht jetzt leider nicht. Und ich kann jetzt im Januar natürlich eine Pause machen. Aber die will ich nicht machen. Weil ich diese Pause nicht vernünftig nutzen kann. Eigentlich wäre die Pause dafür da gewesen, dass ich im Hintergrund super viele Sachen vorbereite. Das wäre gewesen große Kanal-Konzepte halt. Also Kanaländerungen und sowas. Ey, Digga. Wie oft habe ich mir in die Haare gefasst bis jetzt schon? Schreibt es mal in den Chat. Große Vorbereitung für riesige Formate, die geplant sind. Locations blocken. Kostüme und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze, ganze Menge tatsächlich. Die an Organisationen war, das Haus fertig einzurichten und so weiter und so fort. Das geht jetzt halt leider alles nicht, weil wir das Haus nicht haben. Jetzt haben wir tatsächlich, sind wir an einem Punkt, wo ich selber auch schon überlegt habe, wie lange will ich das jetzt noch machen? Ich schaue mir jetzt die Tage etwas wirklich außerhalb von Köln an. Ich sage es euch, wie es ist, meine Freunde. Ich war kurz davor wirklich innerhalb von Köln. Das soll jetzt hier kein Flex oder sowas sein. Und ich hätte das auch gemacht, wenn ich das Haus bekommen hätte. Ich war kurz davor, ein Haus anzumieten für 8000 Euro im Monat, meine Freunde. 8000 Euro insgesamt. Das Haus hätte einen Pool, einen Garten gehabt, wäre zentral gelegen, vier Parkplätze, eine riesige, also wirklich riesig, riesig groß. Und Leute, ich bin Immobilienkaufmann. Also ich würde eigentlich niemals 8000 Euro für Miete ausgeben. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist dumm. Das ist saudumm. Ich habe versucht, ein Haus zu kaufen für einen hohen 6-, 7-stelligen Preis. Also nicht hoch, aber schon in meinen Augen beträchtlich hoch. Das habe ich auch nicht bekommen. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr wir getryhardet haben, eine passende Immobilie für unser komplettes Konzept zu haben. Und ich gehe mit diesem Konzept wirklich all in. Das müsst ihr wissen. Es ist ein riesiges Investment für mich. Ich könnte, wenn ich möchte, genauso weitermachen, wie ich jetzt mache. Ich könnte genauso weitermachen, wie ich jetzt will, meine Freunde. Also ich könnte einfach weiter mein Gaming-Content machen. Ich könnte weiter ein bisschen vloggen und so weiter und so fort. Aber ich habe euch ja schon mal gesagt, ich bin damit nicht mehr 100%ig happy so. Das ist nicht mehr das, was mich so richtig kickt. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Und das wird in diesem Jahr, Inschallah, wird das auf jeden Fall noch passieren. Aber wir wissen halt noch nicht, wann. Deshalb erstmal die gute Nachricht. Es gibt im Januar keine Pause. Die schlechte Nachricht, Craft Attack geht es erst ab heute. Also wenn das Video, dieses Video, was ihr gerade seht, heute wieder los. So sieht es auf jeden Fall aus. Ich kann nicht genau beeinflussen, wann es läuft und wann nicht. Es ist wirklich schwierig, Leute. Ich habe auch, ey, der Madeira-Gedenk, der Gedanke, no joke. Ich denke, jede zweite Woche, wo ich eine Absage bekomme hier in Deutschland an Madeira. Taddle ist jetzt da, Adi ist jetzt da, Luna ist da, Simon ist leider auch da. Maxify ist da. Leute, ich sage es euch, wie es ist. Den Steuervorteil in Madeira werde ich nicht mitnehmen können. Es gibt eine steuerliche Regelung. Ich kann nicht einfach mein Gewerbe hier abmelden und Madeira wieder anmelden. Ich müsste mein Gewerbe in Deutschland für mehrere Millionen vom Staat quasi zurückkaufen. Das ist so eine super komplizierte Regelung. Schau auf die Steuerkomponente. Ich will einfach nur ein Haus mit korrekten Leuten haben, wo ich meinen Content machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe wirklich sehr, 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 sehr viele Ideen und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Je mehr Leute nach Madeira ziehen, umso schmackhafter wird es ja. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe einen Big Plan so. Ich habe auch schon mit Berlin geliebt, äugelt eine Zeit lang, weil Kevin halt da ist. Ich habe auch schon mal mit Hamburg überlegt, weil Trimax da ist. Stuttgart würde mir auch gut reingehen, aber das ist halt alles sehr teuer. Und die Leute, die ich halt gerne mit im Haus hätte, die können tatsächlich nicht einfach mal über die komplette Welt ziehen. Beziehungsweise noch nicht. Wartet einfach ab, meine Freunde. Ich hoffe, in diesem Jahr ergibt sich das Ganze. Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen was in Köln und dann schauen wir mal, wo es weiterhin geht. Meine Freunde, Aachen schreibt Deken hier gerade. Schweiz ist teuer. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte euch nur darüber informieren. Dieses Jahr wird es Big Changes auf meinem Kanal geben und ich rede von wirklichen Big Changes. Das ist für mich ein riesiger Gamble und ich hoffe einfach, dass es euch gefällt, was wir davor haben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das, was wir davor haben, euch gefallen wird, weil das schon in meinen Augen ein großes Konzept ist, was es so in Deutschland bis dato zumindest noch nicht von mir gesehen worden ist. Klar gab es immer wieder Ansätze, aber das Ganze in so einem Ding mal durchzuziehen. Julia würde dann de facto natürlich irgendwie halt mitziehen und sowas, aber da sind wir alle noch in der Planung drin, meine Freunde. Also solange wir in Deutschland bleiben, bleibt sie erstmal in Schweden und wir pendeln hin und her, solange das noch geht. Und wenn wir halt merken, Corona gibt uns da wirklich einen Kopfschuss, dann müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir zusammenziehen und das würden wir auch irgendwann halt machen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Es ist wirklich eine schwierige Situation. Ich wollte euch nur kurz im Großen und Ganzen sagen, ab morgen geht es mit Craft Attack wieder los. Es wird wirklich, wirklich wild. Und wenn diese Pause kommt, seid bitte nicht verwundert. Ihr wisst, dass die passieren wird. Ich werde euch vorher natürlich nochmal Bescheid sagen und ich brauche dafür einen Monat. Ich brauche dafür einen Monat tatsächlich alles komplett zu organisieren. Wir haben uns hier auf Twitch wieder eine richtig starke Community aufgebaut. Wir haben hier Average Viewers, von denen ich hätte niemals träumen können, meine Freunde. Ich kriege hier Subs um die Ohren geschmissen, alles. Aber ich muss alles dann wirklich für einen Monat ungefähr pausieren und dann nur für den Algorithmus ein paar Best-ofs, Rückblicke und so weiter und so fort hochladen. Und dann mit einem richtigen Neustart quasi rein starten. Es wird, glaube ich, geil. Es wird ganz geil. Es könnte sogar sein, wir haben noch ein Haus in Aussicht. Es kann sogar von heute auf morgen passieren, Leute, dass ich sage, ey, jetzt ist der Moment. Ich ziehe um, Pause ist da. Aber natürlich wäre es ganz geil gewesen, wenn wir halt jetzt im Januar die Pause gemacht hätten. Da muss ich auch mit euch real talken, meine Freunde. Der Real Talk ist dann natürlich klar. Im Januar sind die Einnahmen sowieso hier so, also schau drauf. So am liebsten hätte ich natürlich finanziell gesehen die Pause im Januar zum neuen Jahr gemacht. Und wäre dann gerne Ende Februar, März wieder reingestartet. Zwei, anderthalb Monate Pause. Aber das geht noch nicht. Wir haben noch kein Haus gefunden. Wir schauen weiter, halten die Augen offen, halten uns weiter noch eventuell andere Möglichkeiten vor Augen. Mein neuer Editor Julius, Grüße an dich, Bro, ist auch gerade nach Köln gezogen. Und ich überlege noch eine weitere Person anzustellen für das, was da alles an Content kommt. Ey, ihr merkt vielleicht, es wird eine große Sache so. Es wird eine große Sache und ich glaube, das ist für mich der krasseste Change, den ich jemals an meiner ganzen YouTube-Laufbahn gemacht habe. Aber wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, meine Freunde. Soviel auf jeden Fall dazu. Ich küsse eure Augen morgen, beziehungsweise dann heute für das Video. Geht es mit Kraftwerk weiter. Und wir sehen uns, meine Freunde. Macht das gut. Und Pause kommt dann, wenn sie kommt.